Andrea ist auch eine junge Freundin von Klaus. Die Ärztin wohnt mit Mann und Kind in der Nachbarschaft. Die beiden haben sich in der Kneipe kennengelernt. Andrea schätzt v.a. den speziellen Humor des 53-Jährigen und geht gern mit ihm aus. Und Klaus freut sich, dass er sich mit einer jungen Frau schmücken kann. Eine 35-Jährige wie Andrea an der Seite, könnte er sich das noch einmal vorstellen? Andrea. Ja, sicherlich wäre das schön. Aber rein, wenn ich jetzt meine Vernunft einschalte, die Vernunft, dann sage ich, wäre es doch besser, mit einer Frau, die gleichaltrig ist oder zumindest die zweite Hälfte der 40er überschritten hat. Finde ich besser. Das ist die Interessenlage gleicher und das Ziel, wie man sein Leben gestalten will. Was ich den beiden gewendet habe zur Hochzeit? Nee, hast du noch gar nicht erzählt, oder? Flugtickets. Die Frau, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.